Mein Name ist Katja Wiese, ich bin die Geschäftsführerin von Naturefund. Ich freue mich total über das Biber-Projekt hier im Sinntal. Wir sind jetzt hier heute durch das Sinntal gegangen, durch ein Stück davon und haben uns auch Flächen angeschaut, die der Biber schon verändert hat. Und es ist einfach eine tolle Landschaft. Ja, mein Name ist Andreas Höfler, ich komme von der Essenzwirtschaft und ich finde es ganz toll, dass Naturefund gemeinsam mit uns hier diese Fläche kaufen will. Hier können wir Biotop für den Biber sichern. Eigentum ist das Beste im Naturschutz, denn auf eigenen Flächen, dann kann man einen optimalen Natur- und Artenschutz betreiben. Und deshalb finde ich die Idee von Naturefund Flächen durch Spenden anzuwerben und eben die Hände von Naturschutzverbänden zu betragen, da finde ich eine ganz tolle Idee. Hallo, mein Name ist Gaby Mai, ich unterstütze schon seit Jahren die Arbeit von Naturefund. Ich finde die Projekte, die hier gemacht werden oder durchgezogen werden, sehr toll und bin auch gerne dabei bei den Expeditionen. Zurzeit wird hier eine Fläche für den Biber gekauft und da bin ich natürlich wieder gerne dabei und allen, die nicht dabei sind, sage ich, sie haben was verpackt. Ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele Menschen mitmachen und mit uns diese Fläche schützen. Für fünf Euro können wir drei Quadratmeter kaufen und dauerhaft für den Biber sichern. Das ist ganz, ganz hervorragend. Musik